Hey und viel Spaß mit dem neuen Roblox-Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu bewerten und es kann losgehen. Hallöchen, Freunde. Oh, mein Kopf ist schon wieder so riesig. Wir spielen heute... Äh... Da gehen wir schnell rein. Wir spielen heute Hotel. Das ist von dem Macher von Camping 1, Camping 2 und von The Mansion. Das ist das letzte Spiel, was uns noch fehlt, was wir noch spielen müssen. Los, alle reinkommen! Warum ist mein Kopf schon wieder so groß, Leute? Ich verstehe das nicht. Oh, Mann. So, was kann man denn hier so Schönes kaufen? Eine Kerze. Shampoo, Vitamine. Oh, jetzt ist es so spät. Ich wollte mir irgendwas kaufen, aber jetzt habe ich nichts bekommen. Oh. Guten Tag, Leute. Wie sind jetzt alle hier? Hallo, Frau Rezeptionistin. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie das Glumo Hotel ausgesucht haben. Wir hoffen, ihr habt hier einen wunderschönen Aufenthalt. Dankeschön. Nehmt eure Schlüsselkarten hier und geht in eure... Um in eure Zimmer zu kommen. Okay, wir haben die Nummer 202. Es dürfen nur zwei Leute pro Raum. Und wir müssen jetzt... Die gehen da lang. Wir wollen den Fahrstuhl nutzen. Nein! Okay, dann nehmen wir die Treppe. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen... Hoch. In Flur Nummer 20... Ne, in Zimmer 202. Aber wo... Könnt ihr das... Hier vielleicht? 202. Ist das hier? Ja, 201. 202. Und... Zack! Okay, wir sind drinnen. Und jetzt? Oh, wir sind hier im Erdgeschoss, Leute. Ne, nicht im Erdgeschoss, aber wir sind... Wir sind Bäume. Ich dachte, das wäre erst Gras. Ist okay. Warum piept es denn da? Oh, müssen wir... Sogar die Karte brauchen wir sogar, um rauszukommen. Okay. Können wir damit auch in die 201? Ne, das klappt nicht. Man kommt damit nur da rein, wo das auch... Wo man auch rein soll. Okay, hey! Geh auf! So. Okay, kann man das Licht... Oh, man kann sogar Licht an und aus machen. Okay, dann machen wir mal Licht aus und wir gehen eine Runde schlafen. Gute Nacht. Lalalala, wir schlafen jetzt. Das klappt sogar wirklich. Man kann hier einfach schlafen. Hey, wie bist du denn hier reingekommen? Als ob du auch die 202 hast. Hol mal raus. Er hat auch die 202. Krass. Was passiert hier? Oh, oh. Oh, oh. Es wird dunkel. Hey! Stromausfall? Oh mein Gott, es ist Nacht. Was ist passiert? Oh, wir haben hier ein Badezimmer. Oh mein Gott. Hast du was gehört? Da sind doch gerade Leute. Da wurden doch gerade Leute. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen uns verstecken. Irgendwas ist hier... Irgendwas in diesem Hotel stimmt nicht. Das ist ganz merkwürdig. Sollen wir mal rausgehen? Ich habe da ein bisschen Angst vor, um ehrlich zu sein. Was? Alarm? Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly, and there is exit, and leave the building immediately. Wir müssen das Haus... Okay, wir müssen jetzt das Gebäude verlassen. Und wir dürfen nicht den Fahrstuhl benutzen. Nicht Fahrstuhl nutzen. Nicht! Oh mein Gott. Der hat mich gerade gerettet. Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Attention, please. There has been a report of an emergency. Oh mein Gott, Leute. Es ist ein Notfall, und wir müssen hier raus. Wir kommen hier nicht raus. Wegen dem Eissturm. Oder Schneesturm. Es war bestimmt nur ein falscher Alarm oder ein Test. Wir sollten wieder zurück in unsere Zimmer. Äh, sicher? Ja. Die Treppen sehen irgendwie beschädigt aus von irgendwas. Wir müssen den Fahrstuhl nehmen. Ja, wir müssen den wirklich nehmen. Okay, dann machen wir das mal. Komm. Alle hier rein. Komm. Was? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Oh. Mein. Gott. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Freunde? Was war das? Okay. Die Situation ist viel zu gefährlich. Wir müssen zusammenbleiben, Leute. Okay? Alle zusammen. Ninja. Du normaler Typ. Und ich. Lass uns alle in Zimmer 202 gehen. Oh, diese Musik entspannt mich ein bisschen. Ich hab hier die Karte, Leute. Keine Sorge. Mit der Karte kommen wir in Zimmer Nummer 202. Schnell rein. Bevor das Monster wieder auftaucht. Schnell. Komm mit. 202 ist hier. Komm mit. So, zack. Komm rein. Kommt rein, Leute. So, wir bleiben jetzt hier drinnen. Genau. Wir schlafen jetzt hier erstmal alle zusammen. Gute Nacht. Aber was sollen wir denn hier bitte machen, Leute? Es klopft. Es hat eine Tür geklopft, Leute. Kommt her. Wir machen auf. Oh mein Gott. Ja, hallo? Hallo. Wir waren auf dem Weg nach unten. Aber wir haben euch gesehen, wie ihr zurück in eure Zimmer gegangen seid. Ja. Äh. Der Alarm hat aufgehört. Habt ihr eine Idee, was hier passiert? Also, ich hab hier gerade ein großes Monster gesehen. Und ich habe Angst. Ja, da war ein riesiges Monster im Hotel. Lass mich raten, die glauben uns das nicht. Ach, wir suchen hier keine lustigen, möchte gern lustigen Witze. Wir sind eine müde Familie. Und wir waren lange campen. Ja. Okay, entschuldigt uns. Wir gehen jetzt zurück in unsere Zimmer. Na, war so klar, dass wir uns nicht glauben. Leute. Hier waren gerade. Unten. Also, wir. Ach, die sind weg. Tja. Dann tschüss. Wenn ihr vom Monster gefressen werden wollt. Wir bleiben hier, ne? Schön in Sicherheit. Hier wird uns nichts passieren, Leute. Hier wird uns nichts passieren. Alter, draußen ist auch total gruselig. Was, wenn das Monster auf einmal da draußen rumläuft? Das könnte ja sein. Wir müssen irgendeinen Weg finden, was wir tun müssen. Das Monster läuft hier rum. Wir können hier aber rumsitzen und nichts machen. Das Telefon in der Lobby. Wir können... Ja! Das Telefon! Kommt mit! Wir müssen zum Telefon laufen. Okay. Nehmen wir den Fahrstuhl oder gehen wir die Treppe? Ich würde sagen, wir nehmen den Fahrstuhl. So, und in die Lobby. L für Lobby. So. Wir können es schaffen, Leute. Wir müssen nur zusammenbleiben. Okay, jetzt nochmal. Ich muss nochmal draufdrücken, damit es geht. Okay. Was? Oh mein Gott. Nein. Nein. Leute, was passiert hier? Oh Gott. Das Monster. Was ist das für ein Ort? Was ist das denn hier für ein Ort? Der Fahrstuhl hat uns irgendwo anders hingebracht. Der spinnt doch, der Fahrstuhl. Das ist ein... Ein geheimer... Ein geheimer... Eine geheime Etage. In den Untergrund des Hotels. Lass hier schnell rauskommen. Das Monster könnte hier jeden Moment auftauchen. Okay. Dann müssen wir hier wirklich schnell weg. Okay. Oh mein Gott. Vorsicht. Der Boden hier ist verflucht. Okay. Müssen wir hier ganz vorsichtig sein, Leute. Okay. Und los. Zack. Und zack. 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 Und zack. Und zack. Und wir haben es geschafft. Er bekommt Schaden. Er ist runtergefallen. Hier lang. Oh. Du musst aus dem Weg gehen, sonst sehe ich nichts. Zack. Perfekt. Und zack. Und tap. Und wir haben es geschafft. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Das Monster könnte jeden Moment auftauchen. Schneller. Oh Ninja. Du bist ja echt schnell. Aber du bist ja auch ein Ninja. Kein Wunder, dass du das so schnell kannst. Zimmer 245. Oh mein Gott. Was? Was ist hier passiert? Sie ist tot. Oh Gott. Oh Gott. Was passiert jetzt hier? Das ist gruselig. Wir müssen hier schnell raus, Leute. Zurück in die Lobby. Und wir müssen Hilfe rufen. Wie kommen wir aber hier weg? Ist hier irgendwo ein geheimer Weg oder so? Ah. Was? Das ist ein Schacht. War der gerade da auch schon da? Was? Das Monster. Oh mein Gott. Er weiß nicht, wie wir hier sind. Schnell. Wir müssen hier hoch. Oh Gott. Okay. Ist das ein Monster da unten? Geh lieber nicht runter. Aber wie viel Leben hat denn... Nein. Er ist runtergegangen. Komm wieder hoch. Unten ist das Licht ausgegangen. Ah. Wir sind fast zurück. Okay. Da ist der Fahrstuhl. Jetzt nochmal. In die Lobby. Es klappt nicht. Ich kann ihn nicht drücken. Ah. Jetzt. Perfekt. Wo führt der Fahrstuhl uns diesmal hin? Wo führt der Fahrstuhl uns hin? Okay. In die Lobby. Wir sind zum Telefon. Zum Telefon. Zum Telefon. Zum Telefon. Zum Telefon. Okay. Wir rufen an. Hilfe ist auf dem Weg. Boah. Da ist eine Katze. Hallo Katze. Kann man irgendwas mit dir machen? Okay. Wir haben jetzt Hilfe gerufen. Und jetzt? Wo ist der Ninja? Wir müssen hoch zum Dach. Dort können wir bei einem Helikopter aus. Gebrettet werden. Los. Ja. Ninja. Wir müssen hoch zum Dach. R für Roof. Also Dach. Also nach ganz oben. Okay. Auf nach oben. Ninja. Wo ist der Ninja? Oh oh. Ich glaube der Ninja ist nicht mehr da. Das heißt wir sind nur noch zu zweit. Und zu zweit habe ich große Angst. Oh oh. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Was macht der Fahrstuhl mit uns? Der Fahrstuhl ist jetzt komplett stecken geblieben. Im Ernst? Okay. Und was wollen wir jetzt machen? Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Wenn wir durch den Elevator... Äh... Wenn wir durch den Fahrstuhlschacht kommen, können wir es trotzdem noch aufs Dach schaffen. Okay, aber wo ist denn hier bitte ein Schacht? Äh. Okay. Auf magischer Art und Weise ist hier ein Schacht gespawnt. Komm hier hoch. Was? Oh. Wir müssen uns beeilen. Was? 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 Oh Gott. Und ja. Oh mein Gott. Wovor müssen wir denn abhauen? Und zack. Und ähm. Wie soll das denn jetzt gehen? Oh Gott. Oh Gott. Wow. Okay. Und jetzt? Hier lang? Hier lang? Dach. Das ist abgeschlossen. Oh mein Gott. Er hat... Ich bin alleine. Er hat es nicht geschafft. Ich bin jetzt der letzte Überlebende. Äh. Der Dachausgang ist... Der ist aus... Wir sind eingesperrt. Der ist... Zu. Äh. Aber... Hier diese Wege könnten noch zum Dach führen. Äh. Hier lang? Ne. Hier sollen wir lang. Okay. Äh. Gehen wir mal hier lang. Äh. Oh nein. Jetzt müssen wir hier ein Labyrinth schaffen. Oh Gott. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Wow. Was war das? Okay. Ah. Das ist noch so eine Ratte. Dann müssen wir wohl hier zurück lang. Und wir gehen den rechten Weg. So. Wir können jetzt aber mal schön nachschauen. Ob da uns eine Ratte eingreift oder nicht. Okay. Das sieht richtig aus. Okay. Ach. Wir haben es geschafft. Wir sind im Dach angekommen. Alter. Wir haben uns einfach im Schacht Ratten angegriffen. Okay. Kommt jetzt hier der Hubschrauber oder was? Yay. Wir haben es geschafft. Hilfe ist auf dem Weg. Komm schon. Hilfe. Wo bist du? Hallo? Oh Gott. Oh oh. Wo ist das Monster? Ich bin hier im Hoteldach. Bitte das Monster kommt nicht hier ins Dach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Wow. Oh. Es schießt auf mich. Wow. Wow. Okay. Und jetzt? Kann man das Ha... Oh. Wir müssen ausweichen. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Und jetzt können wir den Monster... Angreifen? Was? Ach du heilige. Ach du grüne Neune. Okay. Okay. Ich verstehe. Okay. Ah. Okay. Okay. Wir müssen einfach überleben. Wir hauen ab. Und jetzt kommt der... Große Angriff. Jetzt kommt der Regenangriff. Und dann kommt das Feuer. Aber wie sollen wir das Feuer denn bitte ausweichen? Okay. Komm. Feuer. Okay. Wir laufen einfach hier lang. Okay. Das ist ja ganz einfach. Wir können das Feuer hier einfach ausweichen. Alter. Ist das ein gruseliges Monster. Was passiert hier bitte? Oh mein Gott. Er schießt auf uns. Und wir laufen jetzt nach da. Ah. Es verfolgt uns tatsächlich. Aber da wir die letzten Überlebenden sind, verfolgt es nur uns. Oh Gott. Okay. Jetzt kommt der Regenangriff. Oh. Okay. Das ist einfach. Und jetzt kommt Feuer. Okay. Wir laufen jetzt wieder hier lang. Einfach dem Feuer hinterher. So. Okay. Sieht sicher aus. Okay. Oh mein Gott. Wie lange macht er dann bitte das Feuer? Okay. Jetzt hier alles ausweichen. Und. Der Angriff. Müssten wir irgendwie dem Monster schaden? Aber ich sehe keine Bossleiste oder so. Wir können nicht mehr länger warten. Schnell raus hier. Okay. Dann laufe ich jetzt hier weg. Äh. Hier lang? Hier lang. Wir müssen durch das Treppenhaus. Wir können es zurückschaffen. Äh. Lobby oder zurück in dein Zimmer. Okay. Zack. Hier sind einfach so Löcher, Leute. Vielleicht beinahe runtergefallen. Aber der Ninja hat uns vorhin gezeigt, dass man hier runter... Und? Oh. Polizei. 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 Oh. Keine Angst. Du bist jetzt in Sicherheit mit uns. Yay. Polizei. Die haben sogar Schaufeln. Wir haben es geschafft, Leute. Da war sogar eine Familie. Ja. Das ist die Familie, die uns nicht geglaubt hat. Danke, dass ihr uns mit rausgeholfen habt. Was auch immer hier passiert ist. Die hat sogar noch einen Schlafanzug an. Kein Problem, Leute. Ich habe euch doch gerne geholfen. Kein Problem. Wir haben euch gerne in Sicherheit vor dem Schneesturm gebracht. Irgendwie sehen die beiden ziemlich creepy aus. Haben die vielleicht was mit dem Monster zu tun? Der Schnee wurde von dem Sonnenstrahlen geschmolzen. Und jetzt können wir weiter unseren Camping-Trip machen. Das war Hotel, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet gerne das Video. Abonniert den Kanal, Leute, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst. Wenn ihr mehr Roblox sehen wollt, dann abonniert den Kanal und schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich gerne noch mehr Roblox-Videos. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. Ciao. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, den Part hier zu bewerten und schaut meine anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.